Oh mein Gott, Leute, im Oktober dieses Jahr ist so viel passiert. Ich war auf der Frankfurter Buchmesse, was ein absolutes Highlight war. Es war so ein cooles Event, erzähle ich später mehr davon. Dann gelesen habe ich von Stephen King das neue Buch Holly, dann von Yvonne Menger das aktuelle Buch Angst. Und ich habe zwei Hörbücher gehört von Cornelia Funke, Tintenblut und Tintentod, Band 2 und 3 der Tintenwelt-Trilogie, wo ja jetzt quasi der vierte Band rausgekommen ist, die Farbe der Rache, wo ich euch auch was sehr Cooles von der Buchmesse erzählen kann. Alles zu seiner Zeit. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit diesem Video. Ja, liebe Leute, das erste Buch, was ich diesen Monat gelesen habe, ist mal wieder ein Stephen King Buch. Es steht hier, es ist Holly. Und ich sage mal so, Holly wird schon jetzt nicht ultra gut besprochen von den meisten Leuten. Den meisten Leuten ist tatsächlich Corona da drin sauer aufgestoßen. Das ist echt der Kritikpunkt, den ich am wenigsten verstehen kann. Ich denke mir so, naja, es spielt halt zu der Zeit. Da macht es irgendwie Sinn, dass Corona vorkommt. Politische Themen, also was heißt politisch? Das ist ja an sich erstmal kein politisches Thema. Aber so aktuelle Themen der Zeit sind schon immer in Büchern vorgekommen und auch in Stephen King Büchern. Warum sollte man das einfach verleugnen, dass das existiert hat? Und noch dazu finde ich, es passt ultra gut zu einer Holly-Story. Also ich finde, es ist ultra realitätsnah, weil das ganze Buch ist aus Hollys Perspektive geschrieben. Und Holly ist nun mal eine sehr vorsichtige Person, fast schon Hypochonerin. Da ist das logisch, dass ihr dieses Thema wichtig ist und dass sie das auch viel beschäftigt. Und dann beschäftigt es somit auch uns Leser und Leserinnen. Von daher finde ich das total authentisch sogar, könnte man sagen. Es ist allerdings vielen sauer aufgestoßen und ich glaube, das Ganze... Also viele haben gesagt, es ist einfach viel zu viel. Andere haben gesagt, es wirkt zu belehrend. Ich habe das Gefühl, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es vielen einfach zu realitätsnah noch, also zu nah, zu frisch noch... Diese ganze Corona-Sache ist etwas, was die Gemüter unglaublich aufgewühlt hat und erschüttert hat sozusagen. Und es hat einfach für einen ziemlichen gesellschaftlichen Krach gesorgt. Und ich glaube, darin will man ungern erinnert werden. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass das vielleicht in 30, 40 Jahren sehr viel weniger schlimm gefunden wird. Dass man dann mehr sagt, ach, stimmt Corona damals, meine Güte, was waren das für Zeiten? Weil, ich meine, was hat das Team King noch so? In Mr. Mercedes hatte er die Wirtschaftskrise. In der Anschlag ging es um einfach... Es ging hauptsächlich um einen Anschlag auf einen Präsidenten. In S ging es viel um Rassismus. Und das hat die Leute nicht so sehr gestört. Vielleicht war es da besser eingebaut. Kann sein. Ich glaube, ich könnte mir echt vorstellen, dass Corona einem noch zu künstlich erscheint, weil es so frisch ist, so nah ist. Es erscheint einem immer noch irgendwie so real, dass das überhaupt solche Ausmaße auch in der Realität angenommen hat. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass in Zukunft ja einfach mehr mit der Story verwoben ist. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann in 40 Jahren andere Dinge an diesem Buch schlechter findet. Wie zum Beispiel ich auch jetzt schon. Denn wie gesagt, Corona war jetzt nicht das Hauptproblem, was ich an diesem Buch hatte. Was mich dazu gebracht hat, das Buch sogar abzubrechen. Ja, ich habe das Buch abgebrochen nach 250 Seiten, was erstmal sehr viel sogar erscheint. Da denkt man sich fast, ich hätte es auch noch zu Ende lesen können. Aber das war noch nicht mal die Hälfte des Buchs. Dieses Buch hat 600 Seiten. Und ja, es ist irgendwie cool, dass Holly mal wieder vorkommt. Aber nein, es ist nicht cool, dass dieses Buch irgendwie sich komplett um sie drehen soll. Ich habe das Gefühl, dieses ganze Buch soll jetzt irgendwie nur von Holly getragen werden, was dieser Figur nicht gerecht wird. Stephen King sagt zwar aus irgendwelchen Gründen, Holly wäre seine Lieblingsfigur, was ich nicht verstehe, weil Stephen King ganz andere Figuren hat, die viel cooler sind. Holly ist... Ich bin kein Holly-Hasser. So, Holly-Hasser, lost, lustig. Ich mag Holly, ehrlich. Und ich habe dieses Buch angefangen und gesagt, hey, krass, ich hätte gar nicht gedacht, dass ich mich so sehr freuen würde, Holly wiederzusehen. So, es ist schön, sie wiederzusehen. Sie hat so ihre Eigenarten, ihre Liebenswürdigen. Und das mag ich auch, aber es ist halt cooler, wenn sie mehr so, wenn das Ganze eine Story hat, wo sie mitspielt und nicht, wenn sie die Figur ist, die vielleicht ein bisschen Story erleben darf. Und dann kommt halt dazu, also das Ganze ist ein Ultra-Slow-Burn meiner Meinung nach. Also es geht halt ultra langsam los, wenn auf Seite 250 immer noch nicht wirklich viel passiert ist. Und es kommt halt noch dazu, das muss ich auch klar dazu sagen, ich bin kein Krimi-Fan. Und dieses Buch ist definitiv ein Krimi. Es ist super viel Ermittlungsarbeit. Es ist diese private Dektei, die jetzt halt versucht, diesen Fall zu lösen von verschwundenen jungen Frauen. Das Ganze ist für mich ultra ermüdend, aber das ist es auch bei anderen Krimis. Also Krimis sind eh schon immer so ein Ding. Ich finde ein Krimi dann gut, wenn die Rahmen-Story um den Krimi drumherum mega geil ist. Und das ist halt hier in dem Fall nicht gegeben, weil die Rahmen-Story drumherum um den Krimi, ja, was soll die sein? Corona und Holly. Corona, ich meine, es hat mich jetzt nicht so sehr gestört, Corona, aber Corona ist jetzt auch nicht würdig, dann irgendwie ein Buch zu tragen. Und Holly finde ich auch okay, aber ist auch nicht würdig, ein ganzes Buch für sich zu tragen. Und das sind halt so, ja, die Probleme dann. Was ich sagen muss, man erfährt auch quasi direkt eigentlich, wer die Übeltäter in diesem Fall sind. Man sieht die sehr schnell, was auch irgendwie fast schon typisch Stephen King ist, dass er da direkt mit diesem Bösen spielt auch. Die Szenen fand ich auch ganz okay, die sind sehr makaber und ja, auch brutal und ja, auch leicht gruselig geschrieben so. Aber die kamen halt viel zu selten vor und es gibt für mich nicht wirklich einen Anreiz, was da noch groß auftauchen soll, um das Ganze jetzt noch weiterzulesen. Ja, wahrscheinlich wird es am Ende irgendwie ein fulminantes Finale geben, aber das gab es auch bei der Outsider. Und bei der Outsider war das Problem, dass die erste Hälfte super cool war, weil es mystisch, gruselig und man unwissend war so. Aber sobald man bei der Hälfte schon erfahren hat, worum geht es hier eigentlich, war der Rest nicht mehr gruselig, nicht mehr mystisch und nach meinem Empfinden auch nicht mehr spannend. Weil Stephen King dieses Ungewisse vorweggenommen hat und dann, ja, war es irgendwie fulminant am Ende, es ist viel passiert, es war irgendwie schon Action geladen, aber das war dann für mich, wäre nicht, nicht spannend genug und ich glaube, dass das hier ähnlich ist. Und das hat sogar jemand gesagt, also es hat mir auch jemand gesagt, ja, ich fand auch den Anfang von Holly nicht geil, aber das Ende war schon sehr spannend, ungefähr so wie bei der Outsider. Naja, und ich fand das Ende von der Outsider halt nicht cool, deswegen ist das kein guter Vergleich, wenn ich dann höre, dass das Ende von Holly ungefähr so spannend ist wie der Outsider. Deswegen habe ich dann echt keinen Anreiz mehr gesehen, das Ganze weiterzulesen, weil es einfach für mich keinen Anreiz gab. Es gab schlicht keinen, außer, dass ich weiter Holly gelesen hätte, weiter Corona und, ja, noch ein bisschen weiter gesehen hätte, wie makaber diese Übeltäter sind sozusagen. Verstehe ich, wie ich meine? Wenn ihr sehr gerne Krimis liest, wenn ihr Ermittlungsarbeit super spannend und cool findet, dann ist das vielleicht was für euch. Wenn ihr Holly super cool findet, wenn ihr sagt, wie Stephen King, Holly ist eure Lieblingsfigur von Stephen King, aus welchen Gründen auch immer, dann ist dieses Buch wahrscheinlich was für euch. Für mich ist es einfach nichts und ich muss noch dazu sagen, Stephen King, es hat sich für mich nicht viel wie Stephen King angefühlt. Aber, naja, das ist halt tatsächlich was, wo ich sagen muss, das ist der Lauf der Dinge. Stephen King ist ein geiler Autor, der hat viele coole Sachen geschrieben, die einfach, naja, er vor sehr vielen Jahren geschrieben hat und, ja, sein Stil, seine Geschichten haben sich verändert. Das ist natürlich, es ist logisch, es macht Sinn, dass sich seine Sachen verändern. Der hat Geschichten seit 50 Jahren geschrieben und der Mann ist über 70 Jahre alt. Das ist völlig normal, dass sich seine Sachen verändern, weil sein Leben sich verändert, seine Lebenslage hat sich verändert, die Themen um ihn rum haben sich verändert. Seine innerste Art hat sich wahrscheinlich verändert. Ich bin jetzt auch ein anderer Mensch, als ich es in 50 Jahren sein werde. Auch die Dinge, die du in 50 Jahren machen wirst, werden anders sein, als die Dinge, die du jetzt machst. Das ist völlig logisch. Das kann man gut oder schlecht finden. Bei Stephen King zum Beispiel, ich finde es auch eher schade, dass es jetzt irgendwie schon mehrfach vorgekommen ist bei neueren Büchern von Stephen King, dass ich sie nicht so gut fand. Aber was soll ich mich groß drüber aufregen, dass der Meister irgendwie schlechter wird? Ich finde, das kann man nicht sagen. Er wird anders und vielleicht ändert sich halt auch seine Zielgruppe. Vielleicht gibt es mittlerweile andere Leute, die seine Bücher besser finden, als es früher der Fall war. Würde einfach sehr viel Sinn machen, meiner Meinung nach. Aber so ist das Leben nun mal. Von daher kann man es gut oder schlecht finden, aber man sollte es akzeptieren. Man hat ja keine andere Wahl. Und jetzt, liebe Freunde, schreibt mir gerne mal eure Kommentare zu dem ganzen Stuff hier unten rein. Und wir sehen uns gleich wieder mit dem nächsten Buch, was ich gelesen habe, Angst. Das habe ich sogar schon angefangen zu lesen. Erster Eindruck, top. Aber hört gleich mehr. Bis gleich. Doch nochmal ganz kurz was anderes. Denn ich höre derzeit nochmal die Hörbücher der Tintenwelt-Trilogie. Ich habe den ersten Band Tintenherz schon beendet. Finde ich immer noch super genial, wie ich es halt auch als Jugendlicher schon fand. Wie ich es schon immer finde, das ist eine super schöne Geschichte. Schaut hier gerne mal vorbei. Da habe ich meine Einzelrezension zu diesem Buch schon vor einigen Jahren hochgeladen. Und jetzt habe ich auch den zweiten Band beendet. Tinten Blut, der ja so dick ist. Also das ist schon auch ein richtiger Schinken. Dieses Hörbuch ging, glaube ich, um die 30 Stunden, sowas war es. Und ja, ich fand es sehr lang. Also es ist auch eine super schöne Geschichte. Wir sind mittlerweile wirklich in der Tintenwelt richtig drin. Es ist immer noch genial, wie Cornelia Funke die Liebe zum Schreiben, zum geschriebenen Wort, zur Macht von Wörtern auch irgendwie rüberbringt und darstellt. Es ist super toll zu lesen. Und es ist immer noch super toll, diese Charaktere zu sehen. Zu sehen, wie jetzt zum Beispiel Staubfinger nach zehn Jahren zurück in seine Welt kommt. Alle dort dachten, dass er tot ist. Und er sieht seine Frau wieder. Und die Beziehung zwischen den beiden so gut gemacht, weil sie natürlich irgendwie sich freut, ihn wiederzusehen auf der anderen Seite. Aber natürlich auch sich denkt, ey, du Arsch, du warst jetzt zehn Jahre da und jetzt glaubst du, du kannst einfach wiederkommen. Sie weiß ja nicht, wo er wirklich war und dass er nicht zurückkommen konnte. Er kann ihr natürlich auch nicht die komplette Wahrheit sagen, weil das wird sie ihm nicht glauben. Er sagt ihr nur so viel wie, ich konnte nicht zurückkommen. Und irgendwie ist sie sich halt nicht sicher, ob sie das glauben soll und wie sie es glauben soll. Das ist eine super schwierige Beziehung, die richtig gut rübergebracht wurde. Aber natürlich auch alle anderen Charaktere. Staubfinger ist, glaube ich, so eine meiner Lieblingsfiguren, definitiv. Weil er so eine tragische Figur auch einfach ist. Aber auch die anderen sind super. Das Einzige, was ich glaube ich so ein bisschen einfach, also was heißt ein bisschen? Das ist, finde ich, schon ein großer Punkt bei diesem Buch, dass es mir wirklich zu lang ist. Und ich frage mich so wirklich, was ist eigentlich das große, übergeordnete Thema? Denn dieses Thema von Worten und der Magie von Worten, das war eigentlich das Thema vom ersten Teil. Und eigentlich auch die Tragik von Staubfingers Charakter zum Beispiel war Thema vom ersten Teil. Auch da war er schon ein echt tragischer Charakter, der echt viel Tiefe hatte. Und da war er auch schon so irgendwie meine Lieblingsfigur, weil er so schwer einzustufen war, auch in mag man den eigentlich oder mag man den nicht. Und genervt von ihm sein, weil er so naiv teilweise ist, aber auch Verständnis für ihn haben, weil er so tragisch ist. Und hier, ich tue mir echt ein bisschen schwer. Es ist halt einfach eine Weiterführung von allem, die ist super gut gelungen. Es ist eine tolle Weiterführung. Keiner der Charaktere hat irgendwie darunter gelitten, ist irgendwie schlechter jetzt rübergekommen oder so. Und natürlich ist dann schon vielleicht so ein bisschen das Thema einfach die Tintenwelt so. Vielleicht kann man das so ein bisschen sagen, dass man jetzt halt einfach die Welt sieht. Aber das so die Beschreibung von der Welt, so quasi Worldbuilding, das sollte ja eigentlich bei einer Geschichte auch eher so Randerscheinungsbild sein sozusagen und nicht so das Hauptthema. Natürlich, also da passieren schon auch Dinge, aber es ist nicht so, ja ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht habe ich auch nur nicht so richtig gesehen, was so das Hauptthema noch so richtig ist. Vielleicht sagt es mir noch. Ich möchte wirklich auch nicht sagen, dass das Buch irgendwie schlecht ist, dass die Geschichte schlecht ist. Es ist wirklich, wirklich schön zu lesen. Das habe ich, glaube ich, auch einfach jetzt schon gut rübergebracht. Ich glaube, ich fand es einfach nur ein bisschen zu lang. So, ja. Ich glaube, ich fand es echt einfach nur ein bisschen zu lang. Es hätte wirklich auch kürzer sein können, ohne dass das der Geschichte irgendeinen Abbruch getan hätte. Was ich auch noch sagen kann, definitiv, ich habe es ja gehört als Hörbuch, Rainer Strecker, der Sprecher von den Hörbüchern, macht das so gut. Also, ich, da kann ich nur meinen Hut vor ihm ziehen, tatsächlich. Chapeau. Da ist ganz toll. Aber was mich da tatsächlich bei den Hörbüchern gestört hat, war tatsächlich die Musik zwischen den Kapiteln. Ich weiß auch noch, dass ich die beim ersten Teil echt toll fand. Also, da ist wirklich immer zwischen jedem, nach jedem Kapitel kommt ein Extrakapitel, wo Musik gespielt wird, die so ein bisschen zur Stimmung passen soll und so ein bisschen eine Dramatik noch reinbringt. Und im ersten Teil fand ich es echt cool. Im zweiten Teil war ich wirklich größtenteils genervt. Ich habe es dann auch echt meistens versucht zu skippen, die Musik einfach. Und ich glaube, das war so ein bisschen, ich glaube, das Problem war so ein bisschen, dass dieses Main Theme... Boah, ihr wisst nicht, wie oft ich da durch die Gegend laufe und das im Ohr habe, weil ich das ständig höre. Das ist halt, das wird sie immer wieder, immer wieder, es ist immer dieses Main Theme. Und es ist schon irgendwie so eine ganz wilde, abgefahrene Musik. Auf Audible habe ich tatsächlich echt so einen Kommentar gesehen, ey, was hat der Typ gekifft oder welcher Junkie oder was hat der geraucht, der diese Musik komponiert hat, weil die schon irgendwie so mega abgedreht ist. Aber ich finde, es war nicht abwechslungsreich genug. Es war immer so dieses Haupt, dieser Hauptbaustein eigentlich. Und natürlich sollte es so einen Baustein geben, den man immer wieder erkennt, so, damit man so eine Wiedererkennung hat. Aber es war, jedes Mal habe ich mir nur gedacht, ach, jetzt kommt wieder diese scheiß Musik, so, ähm, keine Ahnung. Wie gesagt, im ersten Teil fand ich es noch ganz cool so, im zweiten hat es das Ganze echt einfach in die Länge gezogen. Also das Ding wäre ja wirklich, ähm, keine Ahnung, locker ein Drittel kürzer, wenn diese Musik nicht da wäre. Also von daher, ähm, ja. Ich habe mittlerweile auch mit Tintentod schon angefangen, ähm, finde ich bisher sehr gut. Und auch, kann ich aber noch nicht wirklich viel zu sagen, weil habe ich gerade erst angefangen. Werde ich dann aber auch noch von berichten, wenn ich es fertig habe. Und dann werde ich natürlich den vierten Band lesen, der jetzt gerade erschienen ist. 20 Jahre später, die Farbe der Rache. Ich bin da auch sehr, sehr gespannt schon drauf. Äh, ich freue mich da auch sehr drauf schon, weil alles, was ich gerade lese, kenne ich irgendwie so ein bisschen schon. Ich bin schon gespannt auf das, auf den neuen Teil, den ich einfach noch gar nicht kenne. Ja, von daher war es das zum Tintenwelt-Part jetzt erstmal. Jetzt geht es wirklich mit dem nächsten Buch weiter, was ich gelesen habe. Und das, kann ich euch versprechen, wird Angst von Ivar Leon Menger sein. Denn das habe ich auch schon fast durch. Wahrscheinlich werde ich es gleich in einem Grundschutz. Wahrscheinlich lese ich es gleich fertig und dann nehme ich das hier auf. Okay, da sind wir wieder. Es ist eine Stunde vergangen. Ich habe jetzt den Rest von Ivar Leon Menger Angst fertig gelesen. Und was soll ich sagen, ich stehe dem gerade echt ein bisschen mit gemischten Gefühlen gegenüber, weil ich eigentlich die ganze Zeit über beim Lesen das Gefühl hatte, ey, ich werde über dieses Buch echt richtig positiv reden können. Ich werde das in den Himmel loben können. Ich fand das wirklich die ganze Zeit über sehr unterhaltsam. Sowohl einfach, weil es spannend ist. Ein spannender Plot mit diesem Stalker, mit diesem Stalking. Wir sind hier in der Perspektive von Mia. Die wohnt in Berlin und wird nach einem nicht so gut verlaufenden Date mit einem jungen Mann von diesem Mann gestalkt. Sie sieht ihn an merkwürdigen Orten halt wieder und hat das Gefühl, oh mein Gott, der verfolgt mich irgendwie. Und hat auch direkt das Gefühl, vielleicht hat der irgendwie den Schlüssel meiner Wohnung nachmachen lassen. Das ist irgendwie alles ein bisschen gruselig. Und das ist echt spannend gemacht. Und noch dazu hat das tatsächlich einen tollen Schreibstil. Das Ganze hat insgesamt auch einen tollen Berlin-Flair so ein bisschen. Also man ist tatsächlich schon wirklich in Berlin drin. Man merkt wirklich, dass Ivar Leon Menger sich da auch einfach gut auskennt und das gut beschreiben kann. Auch von der Internationalität da. Dann wird immer mal wieder so die Sonne beschrieben, wie sie so runterbrennt, kurz vor dem Untergehen. Also solche Situationen werden echt gut beschrieben. Und insgesamt hat das Ganze einfach eine gute Atmosphäre durch den Schreibstil. Das gefällt mir richtig gut. Mir hat auch gefallen, ähnlich wie schon bei Als das Böse kam, seinem ersten Buch, dass das Ganze jetzt nicht krampfhaft auf Cliffhanger baut und so. Klar, es gibt schon immer mal wieder Cliffhanger, aber es ist nicht so aller Sebastian-Fitzek-mäßig und dann passierte das. Und am Anfang vom nächsten Kapitel stellt sich heraus, dass es gar nicht so krass war. Da wird Subtil mit umgegangen. Und damit kommen wir aber leider auch zum Kritikpunkt, was das Ende angeht. Denn am Ende, Alter, da hat er ja völlig in die Plottwist und so Kiste gegriffen. Also das Ende ist ja nur noch ein einziger Haufen an Plottwist und What-the-Fuck-Momenten. Und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht so genau, wie ich dazu stehen soll. Irgendwie hat es mich natürlich unterhalten, ich war sehr gefesselt von dem Ganzen, aber irgendwie war ich dann auch wieder so ein bisschen enttäuscht, weil ich das eigentlich im vorangegangenen Buch so gut fand, dass das jetzt nicht die ganze Zeit über war. Und dann irgendwie so ein bisschen genervt, oh ne, echt jetzt? Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt so die Story so im Gesamten betrachte, das hätte es ja echt nicht gebraucht. So diese ganzen, also diese Auflösung am Ende noch, das wirkt irgendwie auf mich so ein bisschen gestellt dann doch. So, als würde man sich jetzt denken, ja, wir müssen hier doch noch irgendwie einen Plottwist reinhämmern. Und das war irgendwie beim, also bei, als das Böse kam, schöner, dass das nicht sein musste. Dass die Valleon Menger gezeigt hat, hey, man kann auch mal die Auflösung fast schon bei der Hälfte des Buches erahnen, ohne dass das irgendwie schlecht ist oder so. Und das auch mal einfach genießen, dass das ein ruhigerer Thriller ist, der nicht bildschlagzeilenmäßig abgeht. Ich muss nochmal hervorheben, das ist auch bei Angst eigentlich den Großteil des Buches so, dass das eigentlich relativ sparsam mit umgegangen wird. Aber am Ende hat es mich dann doch wieder ein bisschen an das erinnert, was mich bei Sebastian Fitzek nach mehreren Büchern irgendwann angefangen hat zu nerven. Und das ist ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber im Großen und Ganzen kann ich trotzdem abschließend sagen, es ist ein echt guter Thriller. Also, das kam jetzt gerade von der Betonung her ein bisschen gelangweilt vielleicht drüber. Ich muss sagen, das ist ein guter Thriller. Also, es hat mir wirklich Spaß gemacht, den zu lesen. Es ist wirklich spannend die ganze Zeit drüber gewesen. Es ist ein wichtiges Thema, ein wichtiges Thema, was viel zu wenig Aufmerksamkeit hat, was hierdurch einfach Aufmerksamkeit kriegt, weil es auch einfach, glaube ich, realitätsnah rübergebracht wird. Auch, es gibt schon einen Aspekt am Ende, sage ich mal, so einen psychischen Aspekt, der mir sehr, sehr gut auch gefallen hat. Und so, das Ganze hat einen super Schreibstil, es beschreibt irgendwie so schön diese Umgebung des Berlin und irgendwie so, es hat so einen teilweise wirklich fast schon lyrischen Schreibstil, so. Ich will das jetzt nicht zu hoch anpreisen, so, weil es schon nur manchmal und subtil so, aber es gefällt mir so, der Schreibstil auf jeden Fall. Und, ja, ich, ja, das Ende, sage ich mal, hat mich schon unterhalten. Aber es war mir irgendwie ein bisschen zu drüber und ein bisschen zu, ja, konstruiert dann doch. Das muss ich einfach bei allem Lob auch noch dazu sagen. Dennoch kann ich das Buch definitiv empfehlen. Als das Böse kam, war ein echt gutes Buch. Angst war auch ein extrem gutes Buch. Klar, Kritikpunkte gibt es immer. Dennoch gehe ich davon aus, dass ich dann irgendwann das dritte Buch von Yvonne Menger auch noch lesen werde. Ich freue mich schon drauf. Jetzt morgen geht es für mich erstmal zur Buchmesse in Frankfurt, wo ich auch wieder ein paar Booktube-Kollegen treffen werde. Ich weiß noch nicht, wie viel ich da zum Lesen kommen werde. Ich werde möglicherweise als, wenn sie wüsste, mal anfangen. Aber wie gesagt, Buchmesse, ich weiß nicht, ob ich da überhaupt zum Lesen kommen werde. Ihr werdet sehen in ein paar Sekunden, wie es weiterging. Und, ja, bis gleich. So, Leute. Ja, ich habe, zufälligerweise habe ich vorhin gesehen, dass ich jetzt den gleichen Pulli anhabe wie im letzten Part. Aber, glaubt mir, es ist Zeit vergangen und nein, ich hatte den Pulli nicht durchweg an. Aber ich wollte jetzt auch nicht einfach fake-mäßig für das Video einen anderen Pulli anziehen, nur damit man sieht, dass es ein neuer Tag ist. Okay. Ja, Leute, es ist so viel passiert. Also, es ist jetzt tatsächlich schon Ende Oktober, beziehungsweise Anfang November. Es ist so viel passiert, dass ich es eben alles nicht hingekriegt habe, irgendeinen Zeit zu machen. Aber, was passiert ist, ist die Buchmesse. Die erste Frankfurter Buchmesse, auf der ich war. Ja, die zweite Messe überhaupt, weil ich war im Mai schon mal auf der Leipziger Messe. Aber da war ich auch nur einen Tag und das war der Samstag. Und jeder von euch, der schon mal auf einer Messe, auf einer Buchmesse war, weiß, da ist es an den Wochenendstagen so ultravoll. Und so war es auch jetzt auf der Buchmesse in Frankfurt, auch Samstag und Sonntag. Es war so voll. Ich als Münchner vergleiche das immer direkt mit der Wiesn. Also, es war ungelogen. Es war so voll wie an den vollsten Tagen auf der Wiesn. Und da kann ich wirklich von Glück sagen, dass ich auch an den Wochentagen schon da sein konnte. Ich wurde als Buchblogger akkreditiert, war sozusagen mit Presseausweis unterwegs. Und da war es dann nicht so voll. Das war sehr praktisch. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Alle fragen mich immer, als ich von der Buchmesse zurückkam. Ja, welche Bücher hast du gekauft? Und ich war so, ich glaube, ich habe zwei Bücher gekauft, weil ich auch einfach nicht wegen der Bücher dort war. Also, das erste Buch, was ich gekauft habe, war, Moment, das haben wir doch hier stehen. Hier von Pierlo, wollte ich gerade sagen, von Ingo Bott. Pierlo, der erste Band. Ingo Bott habe ich auch persönlich kennengelernt. Waren wir Abendessen mit, sehr sympathischer Typ. Und deswegen habe ich mir eben auch sein Buch gleich gekauft. Also, das ist ein Krimi, er ist Strafverteidiger, tatsächlich, er ist Anwalt und schreibt sozusagen aus der Sicht von einem Strafverteidiger. Und da kann er natürlich selber viel mit seinem Wissen einbauen, sozusagen. Dann habe ich das zweite Buch von Cornelia Funkel. Wo haben wir das? Hier. Die Farbe der Rache mit persönlicher Signierung. Leute, das war das absolute Highlight, wirklich. Ich sage es euch, das war das absolute Highlight. Schaut euch das bitte mal an, was für eine schöne Signierung das ist. Also, Signierung, Signatur? Also, es ist wirklich, allein das ist ja voll das Kunstwerk. Und es ist richtig was Besonderes, weil sie eben nicht nur hier für Tim und so geschrieben hat, sondern auch richtig mir zum Geburtstag gratuliert hat. Ich hatte zufällig an dem Tag selbst Geburtstag, wo wir bei ihr waren. Und das war tatsächlich ein sehr persönliches, exklusives Meet & Greet mit Cornelia Funke. Das war richtig cool. Wir waren anderthalb Stunden mit Cornelia Funke in einem Raum und konnten ihr Fragen stellen, uns mit ihr unterhalten. Das war so, so cool. Und ihr glaubt nicht, was für eine inspirierende Persönlichkeit sie ist. Gerade für jemanden, der selber auch schreibt. Und dann eben von ihr zu hören, wie ihre Schreibroutine ist. Oder dass sie nicht glaubt, dass es so was wie Schreibblockaden überhaupt gibt. Dass man einfach nur richtig auf die Welt hören muss. Und dass man die Geschichten in jeder Blume, in jedem Menschen, in jedem Tier hören kann, wenn man nur richtig zuhört. Und das fand ich so schön. Und ja, es war einfach ein Erlebnis. Und dann habe ich natürlich das hier noch daraus mitgenommen, was wirklich unikates ist. Ich habe den Rest der Messe wirklich so Angst um dieses Buch gehabt, weil ich wirklich gemerkt habe, hey, das ist jetzt so viel wert. Das bedeutet mir jetzt einfach richtig viel. Genau, und ansonsten einfach auf der Messe ging es einfach ums Leute-Treffen. Also vielleicht schauen einige der Leute, die ich getroffen habe, jetzt dieses Video, dann Grüße an euch raus. Es war mir eine Freude, euch kennenzulernen. Es waren einfach ganz viele andere Buch-Blogger, die ich getroffen habe. Es gab ja Samstag das Blogger-Treffen auch draußen an der Rolltreppe. Der berüchtigte Standort schon. Und es war einfach cool. Es war inspirierend, sich ein bisschen über Bücher einfach auszutauschen, über das Lesen, über das Phänomen Buchbloggen auch. Dann über Schreiben auch, weil viele in der Szene schon auch zumindest so ein bisschen schreiben. Manche mehr, manche weniger. Über Self-Publishing habe ich mich sehr viel informiert, weil ich ja selbst auch einfach da, ja, mich gerne informieren würde. Weil ich habe ja auch hier schon ein Buch geschrieben, im Story One Verlag sozusagen. Und das ist natürlich was, was mich interessiert. Ich habe mit Ivar Leon Menger auch gequatscht tatsächlich, von dem ich keine Signatur gekriegt habe, weil ich das Buch am entsprechenden Tag nicht dabei hatte. Aber ich habe mit ihm ein bisschen gequatscht. Er war ja früher auch Hörspielproduzent. Und ich spreche ja auch total gerne. Also ich lese ja meine Geschichten auch immer selber ein. Auf Spotify lade ich die dann hoch. Und ich würde das gerne so viel mehr machen, weil mir Vorlesen auch so Spaß macht. Und da hat er mir ein bisschen was empfehlen können. Solche Sachen. Dann waren wir mit Ingo Bott Abendessen. Es war einfach ein Event. Wir hatten dann auch zu sechst, also quasi so eine Buchblogger-WG. Wir haben uns eine Airbnb-Wohnung am Rand von Frankfurt gebucht und hatten dann echt so eine kleine WG, was auch super cool war. Einfach, dass man dann nicht am Ende vom Tag allein in seinem Hotelzimmer hockt, was 10.000 Euro kostet. Und nein, man ist halt irgendwie zu sechst dann da und kann noch ein bisschen den Abend ausklingen lassen. Ist vielleicht mal irgendwann noch auf irgendeiner Party von irgendwem, der halt in Frankfurt wohnt. Es ist einfach cool. Und ich habe so richtig gelernt, dass Buchbloggen nicht das ist, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Einfach alleine in meinem Kämmerchen hier zu stehen und über Bücher zu quatschen. So, das ist auch mega cool. Und ich bin immer noch super froh, dass ich dieses Hobby so für mich gefunden habe. Aber was das Ganze noch so viel erweitert, ist wirklich der Kontakt mit anderen Leuten, sich wirklich darüber auszutauschen. Weil genau das ist ja Lesen auch, Menschlichkeit. Lesen ist irgendwie sowas, was man für sich alleine macht. Aber eigentlich ist Lesen noch viel mehr. Es ist wirklich der Austausch mit Menschen. Und das geht nicht nur übers Internet. Also vielleicht sehen wir uns ja alle auf der Leipziger Buchmesse. Da würde ich auch schon fleißig mich drauf freuen. So, dann kommen wir mal zu Tinten tot. Das Ganze habe ich jetzt nämlich beendet. Und Jesus, ich fand es wieder besser noch als Tintenblut. Ich finde es immer noch nicht so gut. Beziehungsweise, also ich rede jetzt mal nicht in gut oder schlecht, weil das beurteile ich hier nicht. Das sind keine Maßstäbe jetzt hier gerade. Sondern in wie sehr es mir einfach was gegeben hat. Und da muss ich sagen, dass immer noch der erste Band unangefochten bleibt. Weil ich glaube, ich bin halt dann doch nicht genug Fantasy-Fan, um jetzt wirklich so sehr diese Existenz dieser Welt und die Tatsache, dass wir in dieser Tintenwelt drin sind, zu genießen. Und warum muss jetzt eigentlich dieser Akku blinken rot? Schauen wir mal, wie lange er noch durchhält. Okay, Tatsache ist, ja es ist cool. Es ist mega cool beschrieben, diese Welt. Und es ist irgendwie schön, dass wir in dieser Welt drin sind. Aber das gibt mir nicht so ultra viel. Was jetzt Tintentod wieder besser macht als Tintenblut, meiner Meinung nach, ist die Tatsache, dass es mehr ein Thema oder eine Handlung hat, sozusagen so dieser finale Kampf gegen den Natternkopf, sozusagen. Der intensiviert sich einfach. Und auch mit Orpheus und so. Klar, das hat auch alles in Tintenblut schon angefangen. Aber ich finde, das war so, keine Ahnung, man könnte fast sagen, der ganze Tintenblutband war mehr eine Beschreibung von der Welt und den Charakteren und nur eine Einführung in dieses eigentliche Thema mit dem Kampf gegen den Natternkopf, mit dem Buch, was ihn unsterblich gemacht hat und was jetzt wieder sozusagen rückgängig gemacht werden muss, sodass der Natternkopf finalerweise dann sterben wird. Und ja, das ist halt, hier ist es dann richtig cool. Ich finde, das ist eine mega coole Idee. Es geht wieder so perfekt darum, was ist diese krasse Macht von Wörtern. Wörter sind ja so krass mächtig. Und das ist schon das Thema von Band 1 gewesen. Und genau das, warum mir Band 1 so viel besser gefallen hat. Ich habe jetzt keinen Bock, den Akku zu wechseln. Ich quatsch jetzt einfach mal nur in diese Cam hier rein. Das ist quasi schon das Thema von Band 1 so hauptsächlich gewesen. Ein bisschen weniger, aber schon auch definitiv von Band 2 und jetzt wieder viel mehr von Band 3. Und Leute, ich habe es gefeiert, das Thema Tod. Jesus Christ! Also, ich würde mal sagen, in jedem anderen Franchise, wo so mit dem Thema Tod umgegangen wurde oder würde, würden die Fans das zerreißen und sagen, ey, das ist ja bescheuert, der Tod hat ja gar keine Konsequenz mehr, das ist ja gar nicht konsequent, wie soll ich denn da noch traurig sein, wenn jemand stirbt, wenn der dann doch wieder zurückkommt. Aber hier ist es so gut gemacht und so poetisch und schön, dass man es nur feiern kann. Und jetzt fällt mir gerade auf, wahrscheinlich ist es doch nicht so eine gute Idee, dass Sie nur noch damit aufnehmen, weil der gute Ton, der kam so aus der Cam hier, weil ich da das Mikrofon drauf habe. Aber das müsst ihr jetzt einfach noch kurz aushalten. Ich quatsche nicht mehr so lange hier. Also, dieses Thema Tod, wie sieht der Tod aus, wer oder was ist der Tod und wie fühlt es sich an, tot zu sein und wie fühlt es sich an, vom Tod zurückzukommen und vor allem auch erstmal, wie funktioniert das, jemanden vom Tod zurückzuholen. Es ist nicht auf die leichte Schulter genommen worden. Es ist nicht so ein klassisches so, ja, ich bringe jemanden um und dann haben sich die Fans beschwert, dass der Tod ist und dann mache ich das halt irgendwie rückgängig so. Es ist wirklich authentisch und plausibel gemacht in diesem Buch, in dieser Geschichte und deswegen hatten wir das super gut gefallen und das Ende, so gut. Also nicht nur das Ende von diesem, von dem Plot sozusagen, sondern auch so der letzte Absatz, würde ich mal sagen. Spoiler-Warnung jetzt ganz kurz, bis zu dieser Minute, blende ich hier mal gerade ein. Ich fand es so schön, dieses Ende aus der Sicht von diesem neu geborenen Sohn sozusagen von Reza und Mo zu sehen, dass er jetzt einfach in der Tintenwelt geboren ist und Geschichten über unsere Welt hört und deswegen sich die ganze Zeit erträumt, mal unsere Welt zu sehen. Das ist so geil, wie krass ist das bitte? Wir und Maggie und so haben immer von dieser magischen Tintenwelt geträumt und gefiebert und wir wollen die unbedingt sehen so, weil wir halt unsere Welt kennen so und man träumt halt von dem Mysteriösen im Fernen und genau so träumt er jetzt von dem Mysteriösen im Fernen und das ist unsere Welt, die wir dann doch eher langweilig finden, weil wir sie halt kennen. Das ist so eine geile Idee, das ist so cool gemacht und er träumt jetzt davon, oh mein Gott, in dieser anderen Welt, da soll es Maschinen geben, die fliegen können. Boah, das ist, man kann also auch unsere Welt mystisch finden und cool und schön und so. Boah, also das ist schon, fand ich echt, echt cool gemacht und Leute, ich freue mich jetzt richtig sehr, richtig doll auf die Farbe der Rache, den vierten Band, der jetzt quasi fast, ich glaube, oder was heißt fast, ich glaube, 20 Jahre später erschienen ist und tatsächlich finde ich, ja, bin ich da sehr neugierig drauf, weil ich, also ich habe mir schon auch die Frage gestellt, das könnte jetzt so eine Fortsetzung um der Fortsetzung willen sein, einfach 20 Jahre später, was kann da nochmal groß rumkommen, aber es scheint wirklich so zu sein, als wäre das eine coole Idee. Okay, die Idee scheint so ein bisschen zu sein, hey, sind Bilder möglicherweise mächtiger als Worte? Oh, und das klingt halt gut. Und tatsächlich ist es wohl so, also Maggie und Mo und so werden wir schon irgendwie wiedersehen, aber hauptsächlich sind wohl die Protagonisten diesmal Staubfinger und der Schwarze Prinz. Und da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und das ist tatsächlich auch nicht so dick. Ich weiß noch nicht, ob das am Ende gut sein wird oder eher nicht so gut. Ich muss ja sagen, dass ich zum Beispiel Tintenblut eher zu dick fand. Tintentot, jetzt glaube ich nicht so. Schauen wir mal, wie es hier sein wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt und werde euch auf dem Laufenden halten. Wenn ihr meine Meinung dazu möglichst schnell hören wollt, dann folgt mir gerne auf Instagram. Da werde ich nämlich sehr schnell schon die kurze Review sozusagen hochladen und ausfülle ich dann Ende November wieder im Lesemonat. November hier auf YouTube. Genau, damit zum nächsten Part. Ich habe ja noch ein letztes Buch angefangen, was ich jetzt allerdings nicht fertig gelesen habe im Oktober. Aber trotzdem möchte ich kurz darüber reden. Ja, und zwar handelt es sich hierbei um Wenn sie wüsste von Freda McFadden. Freda McFadden, falls man die so ausspricht. Und das ist ein richtig guter Thriller, der mir richtig gut gefällt. Also das Ganze hat 400 Seiten. Ich wäre das ungefähr bei der Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte. Und der hatte ja wohl einen riesen Hype. Also die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand von euch Ding jetzt schon gelesen hat, ist gar nicht mal so klein. Und er wurde mir quasi von Alex, Alex DrillTube, empfohlen mit den Worten Hey Tim, der wurde so gehypt, aber völlig zu Recht. Und deswegen habe ich den halt auch angefangen. Und es gefällt mir richtig gut. Es geht quasi um Millie, die eine Hausmädchenstelle hat bei so einem reichen Ehepaar mit einem sehr verwöhnten Kind. Und es fängt halt an, dass sie sich denkt Wow, Leute, ich bin eigentlich so ein Niemand. Warum sollte mich irgendjemand hier einstellen? Und dann stellt diese Hausfrau oder diese Frau mich hier an. Ist super freundlich zu mir. Aber sobald sie halt angestellt ist, auch richtig viel Geld verdient, fängt diese Frau richtig an, ekelhaft zu werden. Ihr die ganze Zeit Sachen zu unterstellen. Hey, du hast das gemacht. Ich habe dir gesagt, du sollst es nicht so machen. Sie lügt halt auch wirklich so und jetzt hast du gestohlen und tralala. Sie wird halt richtig ekelhaft. Und Millie fängt halt an zu fragen, was zur Hölle geht denn hier ab, bitte? Warum bist du so zu mir? Und auch dieses Kind, dieses Mädchen, die Tochter, ist auch super verwöhnt. So eine richtige asoziale... Junge, da habe ich mich gerade erschrocken. Ich dachte, hier geht irgend so eine Sirene los. Und alter, ich glaube, da wurde einfach nur ein Stuhl verschoben, falls ihr es überhaupt gehört habt. Genau, also auch dieses Kind, diese Tochter, ist so eine verwöhnte Göre. Ich würde da am liebsten einmal nur so bam, 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 links und rechts eine klatschen. Aber der Einzige, der freundlich ist zu Millie, ist der Mann, Andrew. Andy, Andrew? Ich glaube ja, Andrew. Und ja, es ist so, es ist ein ziemlicher Slow Burn auch. Aber das mag ich, es ist halt sehr atmosphärisch und sehr character-driven. Also wir sind halt einfach sehr viel in dieser Figur Millie und was in ihr vor sich geht. Und wir denken, also ich denke ganz oft so, warum steckst du das einfach so weg? Aber man versteht es halt auch. Man versteht es total. Und es ist sehr, ja, eine sehr perfide Situation. Und ich bin schon sehr gespannt aufs Ende, worauf das noch hinausläuft. Gerade gefällt es mir sehr gut. Ich war jetzt die vergangene Woche krank. Und immer, wenn ich krank bin, manche lesen, wenn sie krank sind, viel, viel mehr. Ich lese dann quasi gar nicht. Ich schaue dann lieber Filme oder so. Weiß ich nicht. Ist irgendwie so ein Ding. Ich liege dann lieber im Bett und schaue fern, weil mir selbst dann oft das im Bett oder irgendwo sitzen und lesen, ist mir zu anstrengend. Auch wenn es nicht körperlich anstrengend ist. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber keine Ahnung, wenn ich krank bin, dann auch wenn es nicht heftig krank ist. Ich lese einfach nicht so gern dann. Genau, jetzt Ausblick auf den nächsten Monat ist, dass ich, wenn sie wüsste, natürlich noch fertig lese. Das nächste nach, wenn sie wüsste, wird auf jeden Fall sein, die Farbe der Rache, das muss jetzt einfach das nächste sein dann. Genau, wir würden, also ich würde sagen, das war es von mir aus dem Monat Oktober, der jetzt ein bisschen verspätet kam, schon Anfang November. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann Ende November, zum Lesemonat November, mit den Büchern, die ich dann gelesen habe. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von all den Büchern haltet und folgt mir gerne auf Instagram auch, denn das ist gerade irgendwie so dieses Haupt-Bis-Ding, würde ich sagen. Da poste ich viel mehr in letzter Zeit. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns, bis dahin, ciao. Junge.